Moin moin und da sind wir wieder zurück. So jetzt Richtung Norden einfach. Schauen wir mal wo wir landen. Das macht der Vorteil vom Greif, wie du jetzt siehst. Das ist noch nicht mal richtig schnell. Angeber. Der geht richtig ab. Kannst du über die Map richtig rüber. Wie ein Zöpfchen. Richtig schnell. So eine Map wie Genderan Felder kannst du in 20 Sekunden überqueren, wenn du irgendwo oben starten kannst. Ich werde jeden Winkel erkunden. Irgendwas abgeschlossen. Ja, alle Teile der Map sichtbar gemacht. Sehr schön, Beherrschungspunkt. Warte, ich muss ihn holen. Ich bin in Wasser gelandet. So, jetzt. Drei Sehenswürdigkeiten. Eine weiß ich. Ah, da ist noch eine. Och komm schon. Geradeaus rüber ist noch eine. Geradeaus rüber. Ah ja, da ist eine. Okay, dann weiß ich zumindest alle, wo meine sind. Scheiße, Wasser. Hallo, going a full bounty run. Feel free to join. Ach, auch nicht schlecht. Oh, Linsen. Die bringen des Hasens Arsch zum... So. Okay. Also. Die Wegmarken, die mir noch fehlen. Die eine, poste erst mal die Wegmarke, die da ganz in der Nähe ist. Von der Sehenswürdigkeit. Ja. Wart ihr noch mal nach oben gegangen oder nach oben gehüpft oder was? Ja, ja, ja. Der ist dann noch für dann noch was. Ganz anderer Seite, links anderer Seite einfach hochrennen. Ach so. Von der Wegmarke aus ist unten rechts. Ja, ganz gerne. Nee, auch noch. Der fehlt noch, genau. Fühlt mir auch. Und dann ganz rechts die, wo ich vorhin sagte, wo wir da wegrennen müssen. Genau. Und dann Geißelweg, oder? Ja. Ja. Aber ich glaube, bei Sascha fehlt noch eine mehr sogar. Der sollte gleich mal sagen, wo seine noch ist. Weil die bei der, die du, Lucky, gerade angezeigt hast, die ist. Mir fehlen zwei. Also, äh, doch. Nee, 43. Drei. Nee, zwei. Ja, mir fehlen auch. Uns fehlen allen zwei. Gut. Nee, dann passt das. Okay. Und dann muss man natürlich nochmal... Müsst ihr das noch abgeben, diesen Kram da? Ja, und den Beherrschungspunkt in der Mitte füllt hier, ne? Der hier, ne? Der fehlt uns noch, ne? Welcher? Ja, der fehlt auch noch. Okay. Also der wäre... Also... Der wäre jetzt in der Nähe. Das Ding... Das Ding... Da müsst ihr links hier, glaube ich, nochmal abgeben, oder? Ja, genau. Der ist da. Das machen wir dann. Und danach gehen wir hier... Danach gehen wir hier diese Wegmarke und gehen dann da so rein. Ja. Okay, haben wir einen Plan. Und dann ist die Folge auch voll, schätze ich. Ja. Ähm... Warte. Welche Richtung? Also, Weg Marke Geiselweg. Genau. Ich poste sie nochmal. Ich bin unterwegs. Direkt in der Mitte ist sie. Springen wahrscheinlich bringt da weniger, oder? Ja. Ja. Ich weiß noch nicht, wir gehen wieder rum. Was? Binden wir beim Gefährten noch nicht ganz sicher. Naja. So, wo ist denn... Sind wir alle da? Ja. Ja, ich bin auch da. Dann gehen wir hier mal... Ach, scheiß Fallen wieder, ey. Ach Gott. Ja. Ja. Warum sehe ich dich im Moment nicht? Ohne. Dein Name? Vorne? Ja, ja. Aber dein Name wird einfach nicht mehr angezeigt. Wo denn? Was? Man sieht ja eigentlich den... Au, 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 au. Den Person. Bei dir nicht. Sind wir hier richtig? Okay. Äh, nicht mehr. Also, kommen wir hier jetzt? Ne, da können wir nicht hoch. Wir sind zu weit. Wir sind zu weit. Boah. Ich hab euch mal die volle ausgelöst. Danke. Nicht hier, nicht hier, sondern... und hier würde ich mal probieren hochzukommen irgendwo ja so ein bisschen kann das geht sehr schön jetzt können wir müssen wir auf die andere seite und die andere seite südlich ich probiert es mal mit dem schakal hier aus durch diesen portal was hier hinten ist ja wir sehen wir schon durch das sieht gut aus das portal was hier also hier die ecke war sehr gut das ist nicht oben drüber nehme mal an für beherrschungspunkten müssen wir ganz in die mitte ja okay dann komme ich darunter nein ich will nicht springen ja aber wie ich sprache nur sehr schön jetzt wollten wir der weg marke dahinten die beherrschungspunkte zuholt aber ich glaube dann habe ich eh schon wenn ich dann bleiben wir stehen und halten jetzt die weg marke nicht glaube ich nicht richtig wo ich mal gepostet also im normalen chat hier ist ein gruppen schätzt dunkel lande da müssen sie noch den kram abgeben bei dem wissen bei dem da brauchen wir wieder tätchen wenn er sitzt in der erde ja nicht die behauptung dass sie ganz rechts aufgehen so dass wir hier das scheiß hochkommende so das geht tatsächlich heiße ihr seid hier oben ne wir sind jetzt da wo wir gleich salutieren müssen wahrscheinlich ja wir machen aber erstmal die erdelementare noch weg hier warte warte ja ja wir warten ich komme hier nicht mehr hoch wieso komme ich hier nicht mehr hoch oder seid ihr ach nee ihr seid ja naja ja alles klar im zweifelsfall musst du ja nicht mehr springen du kannst dir auch den weg das war mein raptor gesiebelt okay bin da wo bleibt da okay ich bin da ja dann ja ich hab mich vertan ah jetzt könnt ihr gleich mit ihm schnappen ja ich hab salutiert noch etwas so bist du glücklich dann ist die nächste weg mag ich glaube unten nicht die nicht die die ich gerade gepostet habe sondern wahrscheinlich jokos und domäne genau wir sind wohl sehr einig gut hier braucht zum rochen gehen wir durch den tunnel dadurch würde ich sagen wenn er offen ist ja ja hier mir längst wenn wir sehen auf was bist du raptor was soll ich abwarte ich wieso bestätig an klicke steht der name da okay keine ahnung okay dann geht es dir genauso kleiner schieddauer bestimmt aber ich bin ja ja haha 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 hier macht das schon ich glaube an euch und hier geht's hoch Ole ja ja ich sehe ich aber er nicht weg zu können ja ach scheiß drauf so wo seid ihr im 12 bis 12 komm nicht aus dem kampf raus meine güte welche richtung seid ihr denn jetzt den weg lang okay ich hasse dieses spinnige Viech oder den weg lang boah ich muss laufen ich komm nicht aus dem kampf das das spiel mag mich nicht aus dem kampf lassen ja jetzt geht doch das schon ziemlich hoch in dem kampf jetzt nicht mehr in dem KI auch in den in den O das macht bei mir ist es aber auch bei mit mit wurde ja ja keine ahnung was das ist kann abgeschlossen dafür noch enten dass ich halte nicht mehr und das ist auch noch diese einsicht in die einsicht in die überherrschung hier ist die elite die kann man mal machen finde ich vielleicht braucht er hat auf jeden fall gut der mensch noch schon alle widerstehen ja ja ein uhr so ihr seid überladen ich bin der meister des lebens und ein key gekriegt geil ein schwarz löwen key ja das lager der illusionistin bekommen ist das das brauchst du das kann ich ja gar nicht abbauen das mittel nicht kannst du mit viel nicht abbauen du hast so viel oder habe ich das schon dafür komme ich denn hierher da war mal sehen was ich rauskriege naja naja im nordjus gleich nachschauen ich würde jetzt vorschlagen wir gehen auch kurz auf die neue map und da bei der ersten weg marke dass die aktiviert ist das war ja farbe was bist du wert naja farbe ja super naja ja sicherlich könnte ja auch irgendwie 300 gold sein das könnte ja man kann natürlich milliardär sein aber multimilliardär ja naja weißt du aus einer schwarz löwen truhe kannst du so ja worst case rauskriegen so wiederbelebungs ding und und eng und schrott das ist recht aber du kannst natürlich auch 3000 gold rauskriegen letztlich so und dann bin ich natürlich mit 5 gold nicht so richtig happy da gibt es den recht so ab durch die mitte so welcher wegmarke seid ihr ja einfach durchs portal sind wir durch domäne war wie damit damit die neue karte wieder map wechsel also erste wegmarke war unter und dann solltest du ja auch quest ja quasi auf der gleichen stelle haben ich bin im pfeil ich lass mich einfach mal umbringen guck dir mal wo ihr seid auf deiner map ähm moment wir gehen noch mal kurz zurück der zeiten sind ja kurz ich hab mal wechseln natürlich die erste dann siehst du da schon mal wo wir sind es kann sich sie nicht sehe ach so ähm aber da ist das tor das siehst du ja ja wir bleiben auch mal hier weil dann hast du ein ziel wenn deine hauptquest gerade gar nicht hier ist dann geht das der grüne punkte nicht angezeigt wird ich spiele deine mit dem charakter also keine sollte hier auch tatsächlich der grüne punkte ich habe anfänglich nicht gewusst was ihr gemeint habt ich habe an wie hubschrauber dieses karabin wo du bist gleich zu weit südlich ich habe aus lust du ich kann zu erspringen warum kommt es gleich auch so sehr interessanten richtung glaube ich ich bleib mal hier wo bist du ich bin aber bei dem mit noch auf der neuen was so also ich stehe jetzt mal direkt da wo du hin musst also es ist bei den poli ja ja sehr gut etwas rechts genau schön diese blauen punkte zu verfolgen jetzt rechts auf dem weg quasi und dann kann sie den weg folgen da ist ein weg auf der map habe ich nicht gesehen und dem einfach folgen follow the sign ich sehe auch jetzt into the light hinten ist er da ist er der lunische gesandte naht so erster weg marke haben wir tatsächlich schon dann würde ich sagen an dieser stelle vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss tschüss